die ventilebene ist beteiligt an der effektiven füllung der kammer wie kann man das vorstellen gedanklich gehen wir jetzt mal ins rechte herz und spielen mal durch was im rechten herzen passiert wenn das blut zirkuliert und hier füllung und entleerung ablaufen also das hier ich spiele sie mir einfach vor das hier ist die kammer die rechte kammer das hier ist die trikuspidal klappe die ja ein teil der ventilebene darstellt so was passiert also was wir jetzt was ich jetzt beschreiben nennt man den ventilebenenmechanismus scherz vor die kammer ist und wurde erfolgreich gefüllt also ich bin jetzt hier als kammer gut gefüllt nachdem die kammer gefüllt wurde beginnt die anspannung der kammer sie möchte das blut jetzt ja auswerfen als rechte kammer wer das jetzt praktisch der trunkus pulmonar ist wo es ja hin soll also nach der füllung beginnt die anspannung jetzt mache ich mal in super zeitlupe kaum dass die anspannung beginnt steigt der druck in der kammer der druck in der kammer übersteigt den druck im vorhof und die segelklappe in diesem falle sind wir im rechten herzen dass wir dann die trikuspidal klappe schließt die anspannung läuft weiter die klappe ist teil der ventilebene also bindegewebe die kammer spannt an was macht muskulatur wenn sie sich anspannt sie verkürzt sich das bedeutet die sich anspannende kammer muskulatur verkürzt sich und zieht dabei die ventilebene nach unten sie zieht die ventilebene richtung herzspitze das werden sich die kammer also kontrahiert und das blut auswirft zieht sie die ventilebene nach unten was dazu führt dass der vorhof oben sich ja erweitert und damit eine art saugeffekt im vorhof entsteht und der vorhof nun aus den großen venen das blut regelrecht ansaugt ja während sich die kammer entleert anspannt und entleert wird der vorhof erweitert und der sagt sich schön mit blut voll ok wo sind wir jetzt ist jetzt hier unten die kammer hat jetzt ihr blut ausgeworfen jetzt beginnt die kammer mit der entspannung kaum dass sie die begonnen hat sich zu entspannen fällt der druck in der kammer natürlich stark ab der druck im vorhof ist jetzt höher die klappe die siegel klappe im rechten herzen trikuspidalklappe geht auf die kammer muskulatur entspannt weiter ein muskel der entspannt weitet sich dehnt sich heißt also die ventilebene geht nach oben aber oben ist ja nun die prall gefüllte blutsäule des vorhofes der sich ja zuvor angesaugt wie blut vollgesaugt hat heißt also beim entspannen der kammer muskulatur geht wandert die ventilebene nach oben und stülpt sich regelrecht über die blutsäule des vorhofes das heißt so diese bewegung führt dazu dass durch die hoch wandernde ventilebene das blut aus dem vorhof regelrecht sturzartig in die kammer gelangt und erst am ende nachdem das blut schon kommt fast fast 80 prozent in die kammer geflossen ist erst am ende kontrahiert der vorhof und holt noch die restlichen 20 prozent vielleicht 25 prozent in die kammer hinein das heißt der hauptteil des blutes aus dem vorhof strömt regelrecht in die kammer stürzartig hinein durch die ventilebene die sich über die blutsäule des vorhofes stülpt jetzt oben angekommen beginnt die kammer wieder zu kontrahieren kontraktion beginnt klappe zu ventilebene wandert nach unten entspannung klappe auf auf stülpen hoch stülpen klappe zu das ist der prozess genial oder durch diesen ventilebene mechanismus gelangen bis zu 80 prozent des volumens in die kammer hinein und nur die restlichen 20 25 prozent müssen durch die kontraktion des vorhofes rein gepumpt werden also wieder ein schönes beispiel wie genial unser körper aufgebaut ist und wie er mit teilweise recht einfachen mitteln große effekte erzielt unter der rubrik universitätsmedizin uni med produzieren wir von encephalon videovorlesungen zur systematischen erarbeitung der grundlagen der medizin dafür haben wir das universitäre medizin kurikulum didaktisch aufbereitet und zu einer praxis orientierten essenz verdichtet so entsteht ein kompaktes lehrsystem der medizin das möglichst viel verstehen ermöglichen möchte wer einmal reinschauen mag findet unten im text die links zu unseren online kursen